Was war das für dich, als die Staffel 2 losging? Nerveaufreibend. Ich habe mich extrem gefreut. Schon ein Jahr davor, als ich gewusst habe, es geht weiter. Ich wollte unbedingt wissen, wie die Geschichte der Agota weitergeht. Ich mag das immer wieder in einen Charakter schlüpfen und die Geschichte weiter erzählen. Vor dem Drehbeginn war ich relativ nervös. Ich wusste, ich weiss nicht, ob ich es wirklich noch. Ich wusste, ob ich es noch spielen kann und ob ich dem auch gerecht werde. Aber ich habe gemerkt, es ist so, wie es eigentlich alle sagen. Es sollte und offen sein für das, was passiert. Auf die Crew, auf die Mitspieler. Und schauen, was entsteht. Was magst du an der Agota? Ich glaube, was ich an ihr so toll finde, ist, gerade im Gegensatz zu mir, ist sie jemand, der weniger überdenkt oder nachdenkt, sondern sie macht etwas. Sie ist furchtlos und hat so eine Trieb und eine Willenskraft. Ich finde, das ist etwas, das ich mir gerne. So ein Stückchen wird abschneiden und mir selber geben. Ich glaube, ich bin einfach jemand, der eher mehr tendiert, nachdenkt und überfragt und sie ist ein Macher. Das finde ich cool. Und wie ist die Zusammenarbeit am Set mit den neuen Schauspielern? Ah, so toll. Wir haben natürlich Kamera und Regie und so, kennen wir natürlich schon. Wir haben auch schon zusammen gearbeitet. Der Joel ist jetzt neu dazu gekommen. Und er ist wirklich ein cooler Mensch. Also ein lustiger. Auf jeden Fall. Und ich bin sehr gespannt, was dann noch zusammen... Also wir haben noch ein paar Szenen zusammen, wo wir ein bisschen mehr miteinander reden. Und ich bin gespannt, was dann dabei rauskommt. Und was reizt sich jetzt so an einer Detektiv-Serie? Was mich reizt. Das ist eine gute Folge. Ich bin normalerweise nicht so ein Krimi-Fan. Aber zu verkörpern ist nochmal etwas anderes. Normalerweise hast du das im Leben. Ich habe nicht wirklich viel mit Mystery und Rätseln zu tun. Das ist natürlich das Coole, wenn man eintauchen kann und mal etwas ganz anderes macht, als man sich normalerweise gewöhnt ist. Was hast du für Feedbacks von den Zuschauern zu den ersten Staffeln? Ich glaube, es war sehr gemischt. Ich habe das Gefühl... Also ich habe gehört, es war entweder sehr gut, oder es ist mir überhaupt nicht gelegen. Und die, die ich kenne, haben es natürlich alle toll gefunden, weil ich dort mitgespielt habe.